Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter Rise Sunbreak together mit Katta. Ja, hallo. Moin. So, was müssen wir da machen? Wolvidon oder was war das? Ja, ein Wolvidon. Ein ganzes? Am Ende ist es bestimmt nur ein halbes. Ein halbes ist auch nicht gerade so. Oh, yeah. Aber geschafft. Und weiter geht's. Oh, wo ist es denn? So. Weiter springen geht nicht. Zumindest nicht mit zwei Käfern. Na, was haben wir hier? Nicht mehr, okay. Und da ist das Mystia. Und hier sind auch diese komischen Käfer, die gegen das man schleudern soll. Ja. Oh, ja. Auch super nervig hier. Jupp. Nein. Auf dem Kopf kann man schön fleißig weiter angreifen, wenn das Bliech anfängt zu furzen. Hm. Ich war mir aber nicht mehr sicher, ob das nochmal explodiert oder was das war. Oder ob das einfach nur ein Höhenschutz kurz war. Oh, ich auch nicht. Ach, das futzt schon wieder, ja? Was los? Wer von euch macht jetzt hier so ein... ...so eine Fiole, die Theo aussprüht? Da ist sie schon. Doch, da ist sie. Da ist sie, ja. Ich habe ja keiner, die das gerade macht, aktuell. Ja, kannst mal sehen, wie nützlich meine Katze ist. Ja, deine Katze muss das jetzt auch mal machen. Deine Katze macht das doch sonst immer. Meistens macht das meine Katze. Oder hat das deine Katze überhaupt gemacht? Meine Katze macht das immer. Hat sie auch noch in der... Nee, das habe ich ja gerade gesagt. Oh, in Stufe. Meine Katze macht das immer. Ja, ja, ich weiß es besser. Nein. Das habe ich gerade gesagt. Aber nein. Ja, aber jetzt quatsch ich mich nicht voll. Sondern ja. Mach ich das gar nicht. Wo ist denn hier dieser blöde Seilkäfer? Der muss doch hier irgendwo sein. Aber nicht für dich. Ich gehe gleich raus aus dem Stuhl wieder. Warum? Mobbing und so. Ja, aber da kann ich doch nichts mehr. Ja, du bist doch gemein. Mach doch klar nichts. Wo ist der Seilkäfer? Stammt nochmal. Welcher ist Seilkäfer? Ja, er ist auf jeder solchen Ebenen, wo man kämpft, dahinten. Das ist einfach nicht, wie ein normaler Mensch mit nur zwei Seilkäfern hier spielen soll. Ja, das kann ich ja auch nicht beantworten. Vor allem, ich brauche für jede große Attacke, sozusagen, gefühlt. Nein, brauche ich nicht für jede. Aber für die, die ich bis jetzt kann. Ja. Oh. Ey, Junge. Jetzt hören wir auf, du. Warum stellt er sich auch in die Falsche? Welche Falsche? Also, Seilkäfer ist hier. Ich habe ihn schon genommen. Sicher. Ja, sicher. Nein. Junge. Was denn? Was, meine ich dich, oder was? Sei doch nicht immer so. Dann... Jetzt bloß. Juhu. Und... Oh. Geht das? Nee, natürlich nicht. Soll ich doch sein. Echt nix zu gebracht, ne? Außer, dass ich nicht getroffen wurde. Holst du nicht? Nee. Das ist echt fies. Echt blöd. Frage ich dir. Ich mag's nicht. Ja, ich mochte das auch noch nie. Aber wir haben das gefühlt noch nie... also nicht so oft gemacht. Nee. Wollte es nicht mögen. Es gibt so viele, die ihn nicht mögen. Und da haben wir teilweise hundert Stück von machen müssen. Ich weiß nicht, welche ich sonst nicht mag. Hier, jetzt mach mal deine Aufgabe hier. Das Vieh schläft. Schläft doch, ja. Dauert noch zehn Stunden, bis ich dann genug Seiki habe. Hä? Die sind bei dir verkehrt. Ja, ich... Ja, ich benutze sie permanent. Das ist doch außer Atem und schläft nicht. Greif doch an! Ja, mach ich doch. Ich dachte, es schläft. Nein, das ist außer Atem. Atem, los. Auf dem Schacht. Heißt dich zusammen, ne? Was denn? Jetzt um auf so rumzuhüpfen hier. Das will ja nicht getroffen werden. Ja, aber... Was ist denn mit uns, was wir wollen? Ja, das war denen schon immer ein Egal. Das weißt du auch. Das verstehe ich nicht. Boah, da. Sieht doch einfach mal stehen. Mist, die hat mich voller Wisch, ey. Dann hat es auch noch so eine klebrige Speichel nach mir gespuckt. So. Flieg und Sieg. Döner Käfer. Bei der Macht von Greyskull. Mit wem kämpfst du denn da? Jetzt kackst du schon wieder. Jetzt kackst du aber auch ständig. Und dann spuckt es ständig. Du bist ja noch unerträglicher als sonst. Nur weil du jetzt Meisterrangmonster bist, ja? Immer dasselbe. Schön, Flügel. So, Waffe schleifen. Das kackt schon wieder. Dann hauen wir ihm sowas von die Fresse weit. Oh, wow. Paralysiert. Oh. Oh, das war knapp. Eieiei. Was ist denn passiert? Er hat sich genau vor mich gesteckt. Gerade so. Was ist denn hier schon wieder? Muss ich wieder mit Maus und was da durchspielen? Was ist denn los? Nee, geht wieder. Merkwürdig. Haupt ist schon wieder ab. Oh, das wollte ich einmal. Dann hat es hier noch was fallen lassen. So. Boah. Ist auch nicht sehr weit weggelaufen. Das ist schon mal schön. So, noch einmal kurz Hapi und dann vorwärts. Der spielt ja mit dem Baroth. Jupp. Kannst du schleudern oder? Ja, ich versuche. Den goldenen Seilkäfer, also reichne ich zusammen. Ich hatte den roten. Nee, jetzt nicht mehr. Den roten habe ich schon verloren. Ich dachte, die bleiben so lange, bis man sie eingesetzt hat. Nein. Vielleicht sollen sie es dir machen. Was? Wie, willst du sagen, das ist leicht? Nochmal. Ja, endlich. Einmal. Einmal wenigstens. Weißt du? Jetzt wird fast wieder nichts mehr. Die ist einfach viel zu klein. Umso größer das Monster, umso besser für die Insekten bliebe, sage ich dir so. Ja. Kann sein, ne? Oder ist halt so. Ah, es kackt. Mega force, Alter. Wie es stöhnt, wenn es da hinfleddert, Alter. Wie du, ne? Ja. Und der Blick war auch so bekannt. Weißt du, es hat so ein Auge so zur Hälfte auf. Und dann dieser entspannte Blick. Ist er zum Spiegel an dabei, oder? Naja. Machst du das nicht? Es liegt. Ja, toll. Und ich, äh, Seilkäfer, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Klatsch, Digga. Was hast du jetzt noch dran? Schnauze. Siehst du eigentlich diese ganzen Explosionen immer? Ja. Bist du das? Ja. Cool. Wie machst du das? Das bin ich immer. Mit meinen verschiedenen Fähigkeiten. Zwei Stück habe ich wo solche. Das eine ist dieser Hutbrecher, ne? Wenn ich springe. Oh, toll. Das hat mich schon wieder paralysiert. Weißt du, einmal hingefallen, dann kannst du wieder nicht aufstehen. Okay. La, 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 la. Oh. Wie machst du denn sowas? Ach, du. Es hat aber, es war so freundlich und hat mir aufgeholfen. Hat es das? Oh, es macht schon wieder. Oh, diese. Irgendwie möchte ich es gar nicht mehr töten. Das ist so cool. Wenn es so einen hinflattert. Man muss sich das ganz genau von vorne angucken. Nee, ich brauch das nicht. Warum denn nicht? Guck mal, jetzt, jetzt. Ach, du lässt dich lieber anblehen. Darauf stehst du an. Ja, ja, ja. Ich kam nicht schnell genug weg. Ich verstehe. Oder viel eher, ich habe nicht gesehen, dass ich nur ein Seilkiefer habe und die Fähigkeit nicht einsetzen konnte. Klatsch, Digga. Alter, leg dich mal hin, mein Junge. Du hängst ja auch irgendwelche Dinge an das Viech ran, ne? Diese Knallbonbons da am Arsch. Ach so, das ist deine Katze. Cool. Ich habe doch gerade eine Bombardierkatze drin. Ah, gute Katze. Ja, gefällt mir auch. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich, ja, genau, würde ich das sagen. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ach so, jetzt, es schläft. Will ich's fangen? Entweder du fängst es oder wir probieren es aus mit dem Seilkiefer, aber ich habe keinen Seilkiefer, deswegen, wer weiß, wie lange das schläft und wie lange es dauert. Alle legen von mir aus, mir ist das Mumpe. So. Und noch eins. Weg damit. Ja, ja, ja. Oh, jetzt haben wir ein furzendes Volvidon gefangen. Ja, weil die anderen nie gefurzt haben, ne? Ja, aber nicht so häufig. Hast du nicht gemerkt? Das Viech hat ja hier quasi... Ja, es war aufgeregt, weil es jetzt ein Meisterfang ist. Sein eigenes Orchester gefurzt. Hat einen nervösen Magen, Schatz. Na. Du hast einen nervösen Magen. Das hat einen nervösen Darm. Ach du. Ach du. Schön. Eine schnelle Runde. Ja, war toll. Okay. Ja, war toll. Ja, also. Bei dem nächsten Viech sehen wir uns dann mal wieder, ne? Würde ich sagen. Also in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020